So, ThyssenKrupp. ThyssenKrupp ist sicherlich das Wahrzeichen der Stadt logischerweise und natürlich hat die Firma hier dann auch sich ein Denkmal in der Nähe zu lassen. Ja, hier sieht man dann die Gebäude und natürlich die Straßenbahnhaltestelle. Anlage. Jogischerweise. hier ist und die nächste die nächste Tram und die nächste Tram